Guten Tag, herzlich willkommen zum ModernKoi-Blog. Die Frage fängt mit guten Tag an. Im letzten Jahr habe ich auf Ihre Empfehlung hin einen Oase ProfiClear Premium Trommelfilter TF-L gepumpt mit 60 Siebelementen gekauft und bin total begeistert. Bin ich auch, ich war gestern bei Philipp Bucher, völlig begeistert, also jeder, der ihn im Einsatz hat, ist echt glücklich. Was ich jetzt noch ergänzt habe, ist mir ein Set der Siebelemente zusätzlich zu bestellen, denn als die Siebelemente im letzten Herbst schwer durchgängig geworden sind, hat das Reinigen Wasser mit Essigessenz doch einige Tage gedauert. So kann ich jetzt die Siebelemente einfach tauschen und die Verstopften in Ruhe regenerieren, so wie ich das auch empfohlen habe. Für welche Einsatzzwecke sind den Papierfilter von Vorteilen? Denn der Aufwand, die gebrauchten Papierrollen zu tauschen, ist doch gegeben. Gruß aus dem Sauerland, Karl. Karl, es ist ganz einfach. Du hast einen trüben Teich, du gehst morgen zu Kölle zu, oder zu sonst irgendeinem, der Papierfilter von Genesis verkauft, und du sagst, mein Teich ist trüb, gibt es irgendeine Lösung, und dann sagt der Verkäufer, pass auf, nimm dir den Papierfilter von Genesis mit, schließ ihn dir an, und 24 Stunden später hast du kristallklares Wasser. Wenn eine UV-Lampe dabei ist, wenn du nicht allzu viel Kot-Sediment oder Sediment-Bodengrund in deinem Teich hast, funktioniert das wirklich in 99% aller Fälle. Und ich brauche nicht großartig noch eine Abwasserleitung, dies, das, Experten-System ist schwierig anzuschließen, irgendwas. Ein Papierfilter ist Plug-and-Play. Und das in atemberaubender Geschwindigkeit, zumindest wenn die Pumpe so stark ist, dass der Teich wenigstens alle zwei Stunden besser einmal pro Stunde über den Filter geschickt wird. Und dann bekommen die Leute in der Regel, ich sage immer, Papierfilter sind wie Heroin, damit wird angefixt, und nachher, wenn die Leute mal richtig Spaß haben mit klarem Wasser, und der Teich-Spaß beginnt nicht mit tollen Fischen, sondern der beginnt wirklich erst, wenn das Wasser auch schön ist. Und wenn die Leute dann mal ihre Fische in schönem Wasser sehen und Spaß haben, in ihren Teich zu gucken, dann machen sich der ein oder andere, sagt, das Papierthema ist für mich überhaupt nicht schlimm, ich brauche nur alle sechs, acht Wochen so eine Rolle, weil vielleicht der Besatz auch nicht so hoch ist, der Teich nicht so riesengroß, oder der Papierfilter auch entsprechend groß dimensioniert ist für den Teich, dann sagen viele, die haben sich nie wieder von ihrem Papierfilter getrennt, oder weil sie sagen, never change a running system, was nicht kaputt ist, wird nicht repariert und nicht verändert, die wollen dann gar nicht ran. Andere sagen, ja, das mit dem Papier ist mir zu viel Arbeit, oder die Entsorgung, oder sonst irgendwas, muss nicht sein, Umweltaspekte, ein bisschen Greenwashing-Garten, die bauen dann ihr System um. Ja, aber in der Regel ist der Umbau dann auch nicht so einfach, weil wenn ich dann auf Trommelfilter zum Beispiel gehen will, dann brauche ich Abwasser, dann mache ich das in der Regel mit Schwerkraft, dann brauche ich Bodenabläufe. In der Regel ist das Verlassen des Papierfiltersystems dann mit einem relativ großen Aufwand, mit einem Teichneubau verbunden, in vielen Fällen zumindest. Und von daher ist der Papierfilter eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, als damals Genesis zusammen mit Köllezoo, also Genesis, Michael Rupp, hat ihn entwickelt gemacht, getan. Köllezoo war der erste große Vertriebspartner, den sie hatten. Und dieses Konsortium hat wirklich ganz, ganz, ganz viele Leute den Teichspaß gebracht. Sandra wohnt ja direkt mittendrin. Und wir hatten davor diese unsäglichen Filter aus allem. Die haben auch Filter aus der Kleeblattfilter. Die waren alle so fürchterlich. Ich bin mir sicher nicht. Ein Filter wurde vom Hersteller auch nur einmal getestet, ob das, was versprochen wird, auch eingehalten werden kann. Wir zeigen doch die Filter immer wieder, wenn Leute noch dran festhalten, zumindest an dem GfK-Behälter und alle Trennwände vorher rausgeflext haben, weil der Scheißdreck echt nicht funktioniert hat. Und dieser Genesis-Papierfilter, der hat den Leuten einfach mal... Der hat Spaß in die Keuhhaltung gebracht. Der hat Spaß gebracht. Einfach geil, mega. Ja. So ist es auch. Punkt. Und es führen ja viele Wege nach Röden. Wir fahren ja auch nicht alle Mercedes oder alle BMW. Also es hat nichts, nur Vorteile. Und es darf sich jeder aussuchen, was für ihn das Richtige ist. Und ganz ehrlich, Michael Rupp verkauft ja heute bei Neuanlagen in der Regel Bürstenfilter. Jetzt hat er noch seinen Trommelfilter, seinen Endlosbandfilter, seinen Papierfilter. Und Sie werden aber lachen. Die Zahl der Papierfilter, die Verkaufszahlen, gehen nicht wirklich nach unten, weil es immer noch so viele Leute gibt, denen ein Scheißdreck verkauft wurde, wo unglücklich sind. Oder die einfach einen Teichherrn. So einen Papierfilter, den stelle ich mal hin, das nächste Gebüsch. Dann geht da ein Schlauch hin. Dann geht irgendwo... Wenn ich keine UV-Lampe drin habe, braucht das Ding ja nicht mal ein Stromkabel. Ja, aber UV-Lampe brauche ich in der Regel. Dann geht da ein Schlauch hin, ein Schlauch zurück und ein Stromkabel für die UV-Lampe. Und das Ding macht wirklich seine Arbeit. Die Dinger sind wirklich digital. Läuft teich klar, läuft nicht teich trüb. So ist es ja. Ist so. Und natürlich ist der Trommelfilter, wenn ich jetzt sehe, was ich an Wasserwechsel und allem brauche, ist da mehr Nachhaltigkeit drin. Aber das ist wie mit dem E-Auto und mit dem Verbrenner. Wenn ich dann mal überlege, was ich erstmal alles an Ressourcen reinschieße, dass so ein Trommelfiltersystem mit allem drum und dran läuft. Das ist... Also vieles, was in dem Hobbybereich reinfließt, darf man eh nicht rechnen. Weil das, was da an Ergebnis rauskommen würde, wäre eher beängstigend. Aber es ist eine gute Frage. Aber, wie gesagt, am einfachsten merkt ihr den Satz, der Papierfilter ist die Einstiegsdroge. Es gibt für jeden einen passenden Filter. Wenn man die richtigen Leute fragt. Aber, wie gesagt, die Geschmäcker sind auch verschieden. So ist es. Der eine mag das, der andere das. Macht's gut. Und der Michael Ruppert übrigens ein starkes Argument für einen Papierfilter. Und viele, und wir haben ja schon Papierfilter hier gezeigt, oder in den Blog gezeigt, die 15 Jahre alt waren. Jedes Mal, wenn eine neue Papierrolle eingelegt wird, ist der Filter im Prinzip wieder Fabrik neu. Klar, muss irgendwann mal Getriebe und so getauscht werden. Man braucht einen Kundendienst, wie bei jedem anderen Filter. Aber das, mit dem du zum Beispiel zu kämpfen hast, und was meines Erachtens, diese fehlervorbeugende Instandhaltung, die macht halt bei den Trommelfiltern kaum jemand. Dieses Verstopfen der Siebe. Kein Mensch macht sich Gedanken dazu, was das eigentlich für den Filter bedeutet. Wenn plötzlich statt mit so einem Wasserstand, durch den verstopften Sieb mit so einem Wasserstand gearbeitet wird, wie viel Kraft mehr auf die ganzen Lager, auf alles, auf Anlaufströme, die gebraucht werden, auf den Motor. Ja, und ich garantiere Ihnen, wenn Sie wie beim Papierfilter einmal im Monat hergehen würden und Ihr Sieb sauber machen würden, so wie Karl das mit Essigessenz macht, dann ist die Anlage plötzlich hydraulisch sehr viel entspannter und sehr viel weniger fehleranfällig. Das haben Sie jetzt gehört und sagen, ach, das ist es, das mache ich, das machen Sie genau zweimal, dann machen Sie es wie ich wieder nicht und irgendwann fehlt wieder morgens so viel Wasser im Teich oder sonst irgendein Problem, das ich einstellen kann. Ganz menschlich. Das sind alles Menschen. Machen Sie es gut. Und wir machen jetzt KHV-Proben. Und tschüss. 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 Tschüss.